Hallo und herzlich willkommen zurück zu SoNemlich, eurem Podcast mit Burkhard und Matthias. Hallo Burkhard. Hallo Matthias. Na, wie ist die Welt gerade? Gut, ne? Ja. Also noch einen Tag arbeiten morgen und dann ist ein bisschen Holiday angesagt? Immerhin, immerhin. Also für mich ist ab morgen. Ach, hast du gekriegt jetzt? Ja, ja, doch. Ich habe gekriegt. Ich habe genommen. Also. Ja, man nimmt, was man kriegt. So rum, ja. Aber tatsächlich, wir haben beim letzten Mal angekündigt, ja, eine Weihnachtsfolge machen wir noch, ja, weil es ist Weihnachtszeit. Soviel zu unserem tollen Vorgespräch, worüber reden wir heute eigentlich, eine Weihnachtsfolge. Ja, es ist halt schwierig. So wirklich weihnachtlich kommt mir das Ganze gerade nicht mehr vor. Ja, also ich glaube, wir spulen einfach vor bis Februar und dann gucken wir, was passiert. Ich glaube, die nächsten zwei Monate werden halt so, ja, okay, wir sind halt da, aber wir sind halt nicht da. Ja, ich bin auch mal sehr gespannt. Ich bin auch A, gar nicht in Weihnachtsstimmung, B, ist jetzt so mit Familie und mit Eltern und halbe Familie ist auch wieder irgendwie im Urlaub und andere dann wieder nicht, aber trotzdem muss man die Tage ja auch irgendwie planen. Ja. Man will ja auch nicht nur für sich irgendwie ein angenehmes Weihnachten haben, sondern auch fürs Kind. Jetzt ist alles wieder so ein bisschen so durcheinander, so ersten Weihnachtstag sind wir in Essen, nee, Heiligabend in Essen, pennen einen Tag in Essen, sind dann noch mal in Essen am ersten Weihnachtstag, fanden dann nach Hause. Dann kommen dann quasi die Leute aus Essen, sprich Großeltern 1 und Großeltern 2, kommen dann am zweiten zu uns nach Köln und dann ist das Thema auch schon wieder gegessen. Ja, recht, ja. Das sind auch nur zwei Tage. Genau, ich freue mich aber schon für die Kleinen ein paar Sachen, auf jeden Fall vorbereitet, die Spaß machen könnten. Ich habe mir auch was gekauft, tatsächlich. Ganz witzig eigentlich, da können wir eigentlich direkt mit anfangen. Du wirst dich totlachen. Meine Tochter hat ja am Dezember Geburtstag. Das ist ja sowieso immer für sie total verwirrend, auch schon letztes Jahr total verwirrend. Sie kriegt ja quasi durchgehend im Dezember Geschenke. Weil sie hat ja am, kann ja ruhig sein, ist ja eigentlich egal, am Nikolausjahr Geburtstag, also am sechsten hat sie ja Geburtstag. Da muss man sich vorstellen, da war jetzt ein Montag, da waren die Großeltern zwar Montag da, dann kamen Dienstag, Mittwoch mal ein paar Nachbarn vorbei. Am Wochenende kam dann doch mal die Oma vorbei, die nicht konnte. Danach die Woche kamen dann Freunde vorbei, die davor nicht konnten. Und jetzt ist, ich glaube, das letzte Geschenk zum Geburtstag hat sie jetzt am Sonntag bekommen. Okay. Und am Freitag ist ja Heiligabend. Dann kriegt sie ja was. Am ersten kriegt sie auch was. Am zweiten eigentlich ja nicht. Achso, Weihnachtstag. Ich war jetzt bei Januar schon. Okay, mach weiter. Nee, die kriegt ja Heiligabend ja auf jeden Fall Geschenke von uns und von den Großeltern. Und am ersten Jahr wieder von den Großeltern. Und dann ist auch erstmal Schluss. Ja gut, dann gehe ich mal davon aus, dass dann irgendwie Januar, wenn mein Bruder wieder da ist, gibt es dann nochmal Geschenke für Weihnachten und Geburtstag. Hat er letztes Jahr Weihnachten nämlich auch gemacht. Hätte ich vorher nämlich nicht sehen können aus beruflichen Gründen. Und hat dann halt auch erst Geburtstagsgeschenk und dann auch Weihnachtsgeschenk. Die wird einfach zugebombt mit Geschenken. Ja. Ja, dann kommen wir auch noch von der polnischen Familie. Kommt dann immer mal wieder was mit Post eingetrudelt. Und ja, noch checkt sie es nicht so richtig. Aber es ist halt schon klar, schon ein bisschen Overkill irgendwie. Jetzt ist es natürlich auch in so einem Alter, wo dann alle so ein bisschen irgendwie aufs Spielzeug noch so gehen. Oder selbst wenn es neue Bücher sind, ist es dann irgendwann viel. Aber es ist halt schon spannend. Aber was witzig ist, sie hat am Sonntag einen Tretroller bekommen. Also so einen Kickroller heißen die ja glaube ich auch. So einen ganz normalen, unmotorisierten Roller zum Laufen. Und dann dachte ich mir, weil ich bin vor kurzem bei einem Bekannten. Der hatte sich halt auch einen gekauft, um mit seinem Sohn halt zu fahren. Da dachte ich mir, geile Idee eigentlich. Dann hole ich mir die auch einen. Aber auch unmotorisiert oder was? Unmotorisiert, ja. Ein ganz normalen Tretroller. Und der ist heute per Post angekommen. Und ich bin mal sehr gespannt, wie das wird. Weil ihr macht halt so viel Spaß, mit dem Ding zu fahren. Das kannst du ja auch wirklich noch ein paar Jahre machen. Also mit dem Ding durch die Gegend fahren. Und bin mal gespannt, dass ich da jetzt durch Köln cruisen kann so ein bisschen. Finde ich ganz interessant auf jeden Fall. Dazu dann mehr in der nächsten Folge, ob ich mir was gebrochen habe oder nicht. Ich stelle mir dich gerade vor, in voller Montur mit Ellbogen-Schoner und Helm. Nein. Und dann schön auf dem Skatepark damit rumgrinden. Gute Idee eigentlich. Aber nein, das Einzige, klar, Helm aus Vorbildsgründen. Aber ansonsten werde ich da den Teufel tun. Ist wahrscheinlich eigentlich besser, aber eigentlich ganz witzig. Also das ist so jetzt unser Weihnachtsplan. Also ist ja eigentlich immer das Gleiche, seitdem man nicht mehr Single ist. Und vor allem seitdem die Oma tot ist. Also seitdem halt meine Oma gestorben ist, war ja eigentlich immer auch fester Ankerpunkt, dass man da halt hingeht am Ersten. Und war ja auch immer schön, letztlich auch noch bis weit über 80 wirklich Mühe gegeben. Also hätte wirklich noch Bude gemacht. Also konnte halt auch noch oder konnte eigentlich nicht mehr, hat sich trotzdem Mühe gegeben. Und sowas fehlt einfach. So eine Oma ist irgendwie dann doch nochmal zu Weihnachten so ein Ankerpunkt. Und ich habe ja jetzt keine mehr, weder Opas noch Opas. Deswegen ist das halt alles so ein bisschen eingeschränkt. Wir haben ja nicht so die große Familie. Und ja, und trotzdem irgendwie, keine Ahnung, irgendwie fehlt dieses gemütliche Beisammensein. Also ich habe ja jetzt schon, seitdem ich halt in Köln, also in der neuen Wohnung da bin, haben wir ja so einen großen Tisch, den kennst du ja. Also was heißt groß, da passen halt ohne Probleme halt sechs bis acht Leute dran. Und an meinen Geburtstagen hatte ich das ja immer gemacht. Onkel noch mit Tante kam, Cousin und Cousine, Bruder mit Frau, meine Eltern. Dann waren wir halt so acht, neun Leute. Ich könnte es auch genau ausrechnen, aber es ist zu kompliziert. Und so ein Beisammensein so an Weihnachten wäre ja halt schon cool. Aber haben wir einfach noch nicht. Und Rupi ist ja auch noch ein einziges Kind in der Familie. Das ist dann auch so, ich hoffe, mein Bruder legt ja dann hoffentlich demnächst mal nach. Dann wird es, glaube ich, auch alles ein bisschen turbulenter. Ich mag das eigentlich ja schon, aber halt in größeren Runden. So eine Viererrunde ist halt dann manchmal auch so, ist halt nichts Besonderes, weil die hat man halt öfter mal am Wochenende. Ja gut, es kommt halt auf die Runde an. Aber du hast schon recht. Also bei uns war es auch so, dass unsere Großmutter quasi derartige Veranstaltungen ja quasi erst gemütlich gemacht hat, dadurch, dass man halt dann die Einladung zum Sonntag bei ihr hatte. Also wir haben immer früher mit der Großfamilie am ersten Weihnachtsfeiertag gemeinsam einen Gottesdienst gefeiert und anschließend dann halt gemeinsam das Frühstück. Und am zweiten Weihnachtsfeiertag die Bergische Kaffeetafel bei unserer Großmutter. Hast du schon mal erzählt, was eine Bergische Kaffeetafel ist? Bestimmt, aber kann ich nicht unseren Zuhörern sagen. Normalerweise würdest du denken, ja okay, Kaffeekuchen, vielleicht Plätzchen. Okay, ja, aber ich weiß auch nicht, woher dieser Terminus kommt, ja, ob das etwas ist, was nur bei uns in der Familie gepflegt wurde. Ein Mensch, ein Kuchen, sowas bei meiner Oma. Ja, so in der Art, ja auch schön. Nee, aber es gab immer, es gab immer einen Kuchen oder eine Torte, je nachdem, was halt gerade der Bofrostmensch da hatte. Und dann aber auch definitiv ganz normal Brot und Aufschnitt. So viel, so weit es rau gereicht. Und dann meistens kalten Braten noch dabei. Also du bist vom Brot mit Aufschnitt über den Braten in den Kuchen gefallen. Und das war dann so eine Aktion, die immer, ich glaube, so gegen drei Uhr oder so anfing. Und man ist um sieben oder acht Uhr dann nach Hause gegangen. Also das war jedes Mal ein ganz großes Highlight im Jahr. Weil es halt auch neben dem restlichen Weihnachtsstress das Ganze nochmal eigentlich entschleunigt hat. Weil man gesagt hat, okay, wir fahren da jetzt rüber und wir sitzen, unterhalten uns und schlagen uns den Wanst voll. Und dann ist auch gut, ja. Aber es war schon immer ziemlich geil. Und jetzt ohne Großmutter, ja, eigentlich müssten wir Geschwister unsere Mutter eigentlich mal dazu hinbringen, dass sie den Part jetzt übernimmt. Weil es sind ja jetzt auch drei Neffen, in meinem Fall, da jetzt schon unterwegs. Und das lohnt ja schon dann zu zehn sind wir dann, glaube ich, plus minus ein, zwei Leute. Ja, dahingehend versuchen wir ja seit zwei Jahren meine Eltern eigentlich zu kriegen, mein Bruder und ich, dass die halt den Part von Oma übernehmen. Aber das ist halt noch zu frisch, irgendwie, glaube ich, mit der Trauer tatsächlich. Dass die da jetzt noch, irgendwie haben die noch so ein bisschen so im Kopf, von wegen die Tradition ist dann jetzt quasi durch. Weil das war halt Omas Ding. Und dann haben wir gesagt, ja, aber jetzt seid ihr auch Omas und Opa. Jetzt müsst ihr euer eigenes Ding machen. Oder, keine Ahnung, würde mich freuen, wenn. So weit sind wir aber noch nicht. Was halt bei meiner Oma halt echt wie cool war. Die hat jetzt keine extrem große Wohnung gehabt. Aber die hat halt, die hat halt quasi, im Wohnzimmer hat die immer geschlafen. Die hatte so ein ganz klassisches Schrankbett, tatsächlich. Oh, okay. Die hatte einfach ein Bett, was die halt einfach in den Schrank schieben konnte. Das hatte die irgendwie immer. Und die hatte dann halt das Gästezimmer, beziehungsweise das Esszimmer immer als Esszimmer gelassen. Das hätte sie ja auch als Schlafzimmer machen können. War halt ihr Esszimmer. Und das halt finde ich auch an Weihnachten irgendwie cool, wenn Bescherung im Wohnzimmer irgendwie bei ihr immer war. Und dann halt da gemütlich auf den Sesseln, auf den Sofa so ein bisschen rumfläzen. Und dann irgendwie zum Essen ins Esszimmer. So richtig klassisches Esszimmer. So eine Tafel quasi. Und dann gab es immer Pute. Und das Witzigste an der Pute war eigentlich immer nur, dass Oma halt immer, wenn sie die Pute reinkriegen, immer immer, ja, die ist nichts geworden. Die schmeckt heute gar nicht. Also die ist mir so eingegangen. Und es gab echt mal einen so einen Fall, da hatte ich auch so einen riesen Kabemsband gekauft. Und nach dem ganzen Zubereiten, war das Ding vielleicht noch so groß wie ein halbes Hähnchen vom Kiosk. Und solche lustigen Geschichten gab es einfach auch noch immer jedes Jahr. Und das war halt schon immer ganz witzig. Und dann war meistens ja noch, wenn wir nicht so viele waren, also wenn mein Onkel mal nicht konnte oder so, oder hat dann irgendwie, jeder muss ja irgendwann mal gucken, welche Oma man zuerst besucht. Und manchmal passt das, manchmal passt das nicht. Dass wir halt dann immer Karten gespielt haben. Also jetzt, als wir halt größer waren. Jetzt mit meiner Kleinen geht es ja noch nicht. Aber da haben wir ja immer Romy gespielt. Und solche Sachen sind einfach irgendwie cool gewesen. Immer um Kohle gespielt. Und dann wirklich von Mittagessen, also nach dem Mittagessen bis zum Abendessen. Es gab immer noch eine Hühnersuppe abends. Da haben wir dann halt noch Karten gedaddelt. Und das ist halt so eine Familientradition, die ist halt quasi echt mit Oma quasi gestorben. Müsste man mal wieder machen, eigentlich. Aber da fehlt aktuell noch so ein bisschen die Bereitschaft in der Familie. Aber gut. Schauen wir mal, was es bringt. Hauptsache, die Kleine hat Spaß. Ja, ich habe mich ja auch immer so gefreut. Immer die Arbeit tatsächlich zwischen den Jahren wäre dieses Jahr perfekt. Das sind ja quasi, wie ich, drei Tage ja quasi, die man wie ich als Wochentage auch hat. Ist ja ein sehr arbeitgeberfreundliches Weihnachten dieses Jahr. Muss man ja auch dazu sagen. Mit dem Neujahr ist Samstag, glaube ich. Erster, zweiter Weihnachtstag ist auch Samstersonntag. Hat auch immer Spaß gemacht. Meistens haben wir mit Julian getroffen, haben einfach so ein paar Sachen abgearbeitet. Ein bisschen was für das nächste Jahr geplant und den Rest haben wir gezockt. Also war auch immer ganz witzig. Ja gut, ich persönlich habe jetzt noch nicht so viele Jahreswechsel im Büro verbracht. Aber ich muss auch sagen, im Normalfall ist es eigentlich sehr angenehm. Weil du machst ja jetzt nicht den Riesenstress. Das ruft kaum jemand an. Und ich sage mal so, ein paar Sachen, die man vorbereiten kann, kann man da ganz gut abarbeiten. Und alles andere weiß man, okay, ich kann jetzt meine Projekte dann planen für die nächsten Monate. Ja und ich war auch nicht doof dieses Jahr. Ich habe tatsächlich Anfang Dezember echt gut reingebuttert, um halt sehr viel Freiraum zu haben. Dementsprechend habe ich jetzt quasi diese Woche jetzt schon diese Arbeit zwischen den Jahren. Und deswegen ist eigentlich so gut wie kaum was los. Wir müssen halt nur alles abarbeiten. Jetzt kommt halt gerade nichts Neues dazu, was sehr entspannt gerade ist. Aber gut, das ist unsere Weihnachtsgeschichte. So, die Weihnachtsfolge beendet. Dann bis zum nächsten Mal. Ne, ich habe noch eine Sache, die wir machen müssen, bevor wir in die Pause gehen. Ich habe Feedback bekommen heute. Ich habe dir auch dem Feedback gebenden versprochen heute per WhatsApp, dass ich dir das sagen werde. Okay. Und zwar soll ich dir zwei Sachen sagen. Gut, eine Sache kannst du jetzt auch gar nicht so wissen. Ich bin gespannt, ob ich das jetzt rausschneide. Also eine Sache, die erste Sache, die du machen sollst, sollst du gefälligst auch eine Switch kaufen. Weil das Feedback kommt von Tommy. Tommy hat auch eine Switch. Und ich habe mich schon damit angefixt, dass wir jetzt im Freundeskreis, beziehungsweise jetzt hier im engeren Kreis, haben wir jetzt schon einige Switch-Besitzer. Und die werde ich alle, wahrscheinlich am ersten Weihnachtstag, wenn ich bei meiner Schwiegermutter rumgammeln, nichts zu tun habe, werde ich eine WhatsApp-Gruppe aufmachen für nächstes Jahr. Und möchte halt die alle Switch-Spieler dann dazu versammeln, dass man es da vielleicht mal hinkriegt, einen regelmäßigen Spielertag mal zum Monat zu schaffen, wo wir abends mal ein, zwei Stunden daddeln. Ohne, dass bei irgendjemand das Spiel nicht läuft auf dem PC, der es nicht installiert bekommt und so weiter und so fort. Wir sind da jetzt schon sechs, sieben Leute, glaube ich, ungefähr. Ja, dann seid ihr ja auch ohne mich ganz gut zusammen. Nee, du kannst auch da Rocket League spielen. Aber viel wichtiger ist das zweite Feedback. Er hat mir noch geschrieben, wer repariert denn bitte für seine Fahrradpedale selber? Das hat er mir gesagt. Ja, ich meine, Entschuldigung, ich könnte jetzt ... Der Reiz liegt ja darin, Neues auch zu erfahren und Neues auszuprobieren. Und ich sage dir eins, ich bin mit dem Rad seitdem ein paar Mal gefahren, es fährt sich super, es ist alles so, wie es sein soll. Und das Ganze für nur 45 Euro. Aber das sind die Themen, die unsere Zuhörer anscheinend bewegen. Deswegen wollte ich das auf jeden Fall mal ansprechen. Danke fürs Feedback, aber ganz ehrlich, der Wechsel dieser Pedale, dieser Kurbel, das sind ja nicht die Pedale, das ist die Kurbel. Es ist genau zwei Schrauben losmachen mit diesem Spezialwerkzeug, dem Kurbelabzieher, die Kurbel abziehen, neue Kurbel drauf, zwei Schrauben wieder anziehen. Aber Fahrrad in den dritten Stock geschläbt und wieder ... Nein, alles auf dem Parkplatz. Ach so. Ja, ich bin da nicht so. Also ich lasse mir da auch gerne von dem gesamten Baubecker Marktpublikum dabei zusehen, wie ich am Boden rumkraxle und an meinem Fahrrad rufschraube. Baubecker Marktpublikum ist übrigens ein Synonym für Alkoholiker. Oh ja. Das ist halt schon super. Seien wir ehrlich, also hat bessere Zarge gesehen, der Stadtteil, das ist schon richtig. Und der hat so viel Potenzial. Hat er. Das könnte so ein cooler Stadtteil, das könnte eigentlich wirklich so ein richtig cooler Stadtteil sein von seiner Aufmachung her. Du hast da eine geile Einkaufs-, wenn da nur drei, vier Läden wären, die irgendwie cool wären. Es gibt tatsächlich noch zwei, drei Läden, die cool wären oder cool sind, aber nicht jetzt unbedingt für mich oder für uns, sondern vielleicht für ein anderes Publikum. Jetzt Altes oder auch Junges? Eher Junges. Also es gibt da noch Klamottenladen. Nein, ich meine im Bereich Gastronomie. Ach, Gastronomie ist schwierig. Du brauchst Gastronomie, um die Leute da reinzukriegen. Dann gehen die einkaufen, weil sie danach was essen und trinken gehen wollen. Ja, das stimmt schon. Aber gut, ich bin nicht derjenige, der diesen Stadtteil nach vorne bringen muss. Also das hat sich Gott sei Dank erledigt, da habe ich keinen Bock drauf. Also bitte. Nee, aber man muss ja auch eh gucken, wie lange man noch da wohnen will. Ich meine, ich finde es geil. Ich finde, ich habe ja in Münster auch direkt an einem Einkaufsbereich gewohnt. Und den Luxus einfach von der Wohnung in den Supermarkt zu können, das will ich nicht unbedingt missen. Weil das ist schon einfach mega praktisch, wenn du halt nicht unbedingt so krass planen musst, wie jetzt deine nächsten zwei Wochen aussehen. Sondern halt immer die Möglichkeit hast, hey, okay, das brauche ich, let's go. Und einen Callback zur letzten Folge habe ich auch noch. Wir haben uns auch da über den Werbespot von Penny, ne? Ja. Da haben wir uns ja einigermaßen ausgelassen. Wusstest du, dass Aldi so einen ähnlichen Spot hat? Ich habe tatsächlich die Tage irgendwo im Vorbeiscrollen, wurde das so im Hintergrund mit angezeigt. Da dachte ich mir aber, nein, da fängst du nicht so viel an. Also ich kann dir genauso sagen, und zwar witzige Szene, da will ich ja gleich ein bisschen ausführlicher drauf ausgehen. Wir machen jetzt noch das eine, dann gehen wir kurz in die Pause. Ich war ja halt im Kino. Ja. Und da lief halt dieser Spot von Aldi. Jetzt muss man dazu sagen, aufgrund einer eigenen Geschichte. Nein, Aldi war auch im Kino? Ja, ja, warte. Und das ist ja das Witzige. Ich kannte den Spot allerdings schon, weil dazu kommen wir auch noch später. Ich war ja letzte Woche im Fernsehen. Das würde ich gerne auch einmal hier erzählen. Das kommt davon, weil meine Firma keinen eigenen Podcast hat. Also wir haben einen, aber den bespielen wir nicht. Also musst du die Geschichte, die anderen, die ist aber auch ganz witzig. Muss ich sie mir anhören oder müssen alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das anhören? Primär ist mal du. Auf jeden Fall dieser Spot, kurze Handlung, den brauchst du jetzt nicht angucken. Musst du dir das so vorstellen, alleinerziehender Vater ist Bahnfahrer, muss halt oft Nachtschicht machen, muss seinem Sohn quasi sagen, ja, ich bin heute wieder nicht für dich da, auch an Weihnachten nicht für dich da. Und dann riesen Terz, sein Sohn hat auch Terz in der Schule, dann schreit er einmal rum, wir sind keine Familie. Dann sieht er auf dem Schulweg seinen Vater traurig vor, ich glaube, Bus- oder Straßenbahnfahrer, sieht er traurig dabei sich in der Fahrerkapsel da sitzen. Und kriegt dann quasi so eine Art, oh shit, der gibt sich wirklich Mühe, alleinerziehender Vater, ist echt stressig und so. Dann überrascht er ihn dann quasi bei der Nachtschicht, dass er dann halt zu ihm in die Bahn steigt. Und dann hat er ihm so Essen mitgebracht, so hat er halt so ein bisschen Weihnachtsessen in der Tupperdose gepackt und essen die zusammen, lachen. Und dann kommt, ja, ist ein Spot von Aldi. Und witzig war, im Kino, habe ich halt mitbekommen, wie rum und rum, alle Leute darüber gelacht haben, das ist Aldi? Das war jetzt kein Aldi-Spot, was hat das mit Aldi zu tun? Und genau die Reaktion, die du hattest bei diesem Penny-Spot, hatten um mich herum alle Leute im Kino. Ich kannte den allerdings schon, deswegen hatte ich mich damit schon abgefunden. Aber das fand ich einfach so lustig, dass einfach zwei Discounter dieses Jahr so eine Kampagne machen, die, klar, funktioniert. Wir reden drüber, andere reden drüber, du hast es auch irgendwo vorbeigescrollt. Aber die eigentliche Zielgruppe, die jetzt bei dem Film auch da saß, würde ich behaupten, ja, da kommt es einfach nicht an. Du gehst da mit so einem Gelächter raus. Und das ist halt so schade bei so einem emotionalen Spot, dass am Ende nur der Lacher bleibt. So dieses, hast du schon den Aldi-Spot gesehen? Der passt doch gar nicht zu Aldi. Das ist halt schon irgendwie so, keine Ahnung. Also Hauptsache, man spricht drüber, ich kenne jetzt durch Zufall aufgrund des TV-Auftritts auch so ein paar Zahlen. Der ist ganz gut rumgegangen, wurde auch viel drüber gesprochen. Aber ich weiß halt nicht, ob am Ende, also wenn immer in der Marketing-Bubble darüber gesprochen wird, geht es ja nur um Reichweite, Interaktionsraten, Conversions etc. Aber ich weiß halt nicht, ob es dann so positiv ist, wenn das ganze Kino quasi über Aldi quasi lacht, weil es ja nichts damit zu tun hat. Dementsprechend muss ich natürlich dann auch ziemlich schmunzeln, weil ich dachte so, ja, genau das haben wir letzte Woche im Podcast über Penny gehabt. Jetzt haben wir es nochmal über Aldi. Ist schon ganz witzig. Mag da dieselbe Marketing-Agentur hinterstecken? Also von der Aufmachung, ich weiß es da nicht, von der Aufmachung her könnte es, also vom ganzen Stil, vom Design und vom Storytelling her, sieht es schon sehr nah beieinander aus. Muss man allerdings aber auch sagen, dass es sich aber auch ähnelt mit ehemaligen Kampagnen zu Weihnachten von Discountern, wie zum Beispiel dieser, der erste Clip quasi, der von Erika mit dem Opa, der sich so gewünscht hat, dass alle Leute bei ihm irgendwie zu ihm an den Tisch kommen, alle mussten mir absagen, weil der eine war irgendwie, der konnten alle nicht, dann saß er doch am Ende alleine am Weihnachtstisch. Okay, hab ich nicht vor Augen. Ja, das ist halt wieder dieses Bubble-Ding, ne? Ja, auf jeden Fall. In meiner Bubble-Kinder ist jeder, andere haben es dann gar nicht mitbekommen, aber damals wirklich auch so ein erstes virales Ding eigentlich, weil es was Neues war. Aber da war es halt noch was Neues, da haben auch alle am Ende, krass, ist ja für Edeka, aber es hat sich dann auch irgendwie jetzt ausgelutscht. Also jetzt jedes Jahr dann irgendwie eine emotionale Geschichte zu erzählen, am Ende ist es ein Discounter, ist dann auch irgendwann nicht mehr was Neues. Nächstes Jahr gibt es das gleiche vom Euro-Teddy. Ja, von Action. Fantastisch. Naja, aber ich meine, wie du schon sagtest, man spricht drüber, es bleibt halt auch irgendwo im Gedächtnis. Ich meine, die hundertste Langnese-Werbung, die man im Kino gesehen hat, führt jetzt nicht dazu, dass ich zwei Wochen später noch darüber lache, wie, keine Ahnung, wie interessant das Eis aussah. Ja, ist jetzt auch die falsche Jahreszeit für Eis und Sunschein, aber... Das ist das, was als erstes, wenn ich an Kinowerbungen denke, mir in den Kopf kommt. Und das ist schon eine Leistung. Alles andere, man könnte jetzt auch über, was weiß ich, irgendwelche Autowerbungen diskutieren, die da laufen. Oder Fanta, oder hast du nicht gesehen. Das war schlimm. Ja, machen wir jetzt eine Pause, oder nicht? Ja, du kannst mir ja, ja, weiß ich nicht, erzähl mir. Nein, es ging auf wegen Werbung im Kino. Ja, dann machen wir jetzt die Pause und dann kriegst du jetzt gleich Werbung im Kino und dann kannst du uns erzählen, wie toll es im Kino war. Oh ja. So, der Matthias will fettig werden. Er ist heute ja super motiviert. Ich bin tatsächlich, ja, doch, sehr motiviert. Aber du hast Hunger. Ja, es ist auch wahrscheinlich nicht die beste Lebenseinstellung, aber ich esse abends und bin den ganzen Tag über dann halt auf Entzug. Und abends, ich habe ein gewisses Zeitfenster, wo ich dann relativ gut speisen kann. Und das ist, das beginnt jetzt gerade überschritten so. Deswegen bin ich langsam die Diva aus der Snickers-Werbung. Machst du den Intervallfasten, oder was? Wenn du es so nennen möchtest, ja. Aber immer gleich ist Zeitfenster oder variierst du? Eigentlich immer gleich, weil ich hasse es im Büro oder grundsätzlich auch für Arbeit, irgendwo was zu mir zu nehmen. Effektiver ist Intervallfasten tatsächlich, wenn man die Zeitfenster variiert? Ja, wahrscheinlich. Damit der Körper sich nicht dran gewöhnen kann? Ja, mag sein. Aber Stand jetzt ist es so, dass ich abends dann nicht entspanne damit. Ja, ist gut. Ich wollte es ja nur einmal sagen, weil ich es ja auch schon mal hinter mich gebracht habe und im Januar auch wieder vor mir haben werde. Ja, ich finde es auch albern, dieses, das habe ich ja schon mal gesagt, also wenn man was machen und ändern möchte, finde ich, sollte man einfach machen. Und nicht sagen, okay, ich mache jetzt ab 1.1. Das ist irgendwo… Die mache ich ja gar nicht. Ja, scheinbar, aber. Nein. Ich mache es wieder wie vor zwei Jahren. Ich fange am 28. wieder an. Extra, damit es nicht am 1.1. ist. Also die zwei Weihnachtstage nehme ich jetzt noch mit, gucke, dass ich den Kühlschrank leer kriege. Und dann ab 28. ist dann wieder Sport und Fasten angesagt. Ja, ist ja nicht verkehrt. Dann habe ich dann noch ein paar Wochen Zeit, bevor bei uns ja zu Hause der Trubel losgeht. Dementsprechend ein paar Kilo würde ich gerne noch runterkriegen. Weil ich einfach jeden Tag jetzt zehn Kilometer auf dem Kickboard fahren. Oh Gott. Da weißt du auch, was du gerade an hast. Was war mir in den Rücken? Ja, habe ich aktuell sogar. Ich habe dir gerade dieses Whiteboard gezeigt, was wir hier aufgebaut haben. Das musste ich so zwei Minuten festhalten, bis es angeschraubt worden ist. Und seit Freitag habe ich Rückenschmerzen. Ich habe mich richtig schön, die Schulter verspannt und alles zugezogen. Und ja. Ja, man wird älter. Ja, es wird nicht besser. Weil mein Azubi, der ist glaube ich 22, der hat das Gleiche gemacht, der hat gar nichts. Deswegen, naja. Hast du dafür schön jetzt am letzten Arbeitstag die Treppe runtergetreten? Noch nicht, aber morgen ist dein letzter Arbeitstag. Du Hund, let's go. Ja, Werbung. Erzähl, was passiert? Genau. Im Kino war ich in Spider-Man No Way Home. Spider-Man. Und zwar, dazu gleich mehr, spoilerfrei allerdings, ihr müsst nicht abschalten, ich verspreche euch, keine Spoiler. Geht auch eher um das Drumherum. Weil ich war zum ersten Mal in meinem Leben alleine im Kino. Verrückt. Würde ich nie machen. Doch, deswegen will ich ja damit darüber sprechen, weil mein, also erstmal jetzt zu dieser Werbung. So, vor dem Film, ich hab mir extra, ich hab nur diesen ersten Trailer gesehen. Und vor dem Film kamen zwei Autowerbungen in Kooperation mit dem Film, der danach ja quasi lief. Und in diesen Kooperationen wurden halt Teile vom Film gezeigt. Allerdings muss man sagen, nur Ausschnitte aus dem Trailer, glaube ich. Keine großen Spoiler. Aber alle saßen da und dachten so, äh, Moment mal, das kann doch nicht sein. Weil alle natürlich, die am zweiten Tag in diesem Film gegangen sind, sind da reingegangen, um eben nicht so viel zu wissen. Und dann waren wirklich zwei verschiedene Automarken, die da irgendwie eine Kooperation mit diesem Film hatten, was eh auch schon mal komisch war in meinen Augen. Weil, wie vergebt man da die Lizenzen? Ja klar, Mercedes, ihr dürft mit unserer Marke Werbung machen. Audi, ihr auch. Warum nicht? Aber, okay, warum nicht? Äh, fand ich auf jeden Fall sehr merkwürdig, dass man halt dann wirklich diese Kooperationsfilme vor dem Film dann gesehen hat, wo man dann so Filmausschnitte zeigt. Weil eigentlich will ich auch die nicht mehr sehen aus dem Trailer, wenn ich den Film gleich sehe. Nee, auf keinen Fall. Ähm, das Gleiche hatte ich mit, ähm, äh, mit James Bond. Auch da. Ich glaube, mindestens zwei verschiedene Werbungen für verschiedene Produkte. Das war tatsächlich auch schon immer so. Also, ja, klar. Aber, äh, nicht unbedingt im Kino selber. Doch, die waren am meisten, sind die ja separat immer gedreht worden mit dem James Bond. Also, der James Bond, also es hat keine Filmszenen gezeigt worden sind, sondern, dann ist halt James Bond extra mit dem Auto von links nach rechts gefahren, ist ausgestiegen, hat sein Hemd gerichtet und gesagt, ey, geiles Auto. Ja, stimmt wohl. Und nicht einfach das Auto wahllos zeigen, wie es durch die Welt fährt und zwischendurch Spider-Man-Szenen zeigen. Das war echt total albern. Ja, das mag sein. Aber, ey, ich finde sowieso, also, macht, macht ein Film nicht am Ende irgendwo genug Kohle? Ja. Wahrscheinlich heute nicht mehr. Dass man sich irgendwo in alle Richtungen absichern muss, aber ich finde ja auch, ich bin ja ein riesen Gegner davon, Werbung im Kino sehen zu müssen. Jetzt gerade ist okay, weil nochmal sechs Euro der Film, in Ordnung. Aber ansonsten würde ich doch niemals mich freiwillig hinsetzen und eine halbe bis dreiviertel Stunde Werbung für irgendetwas gucken. Ja, wenn ich, ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal im Privatfernsehen einen Film geguckt habe, würde ich das heute überhaupt noch machen und sagen, okay, heute läuft, was weiß ich, nennen wir irgendeinen Filmklassiker. Sagen wir, stirbt langsam, würde auf ProSieben laufen. Wird wahrscheinlich am Wochenende laufen. Ja, und ich würde mir denken, boah, geil, stirbt langsam, hätte ich Bock drauf. Würde ich ihn wahrscheinlich trotzdem für vier Euro bei Amazon kaufen. Musst du gar nicht, gibt's bei Disney Plus. Ja, ist mir klar, das ist deswegen ein schlechtes Beispiel, aber ich würde wahrscheinlich trotzdem das Geld in die Hand nehmen, nur weil ich die Werbung nicht gucken möchte. Ja, aber da bist du halt auch ein sehr privilegierter Mensch, der diese vier Euro für den Film ausgeben kann. Das mag sein, aber ich rede ja davon, dass ich es im Kino schon nicht leiden kann. Und im Kino gebe ich ja Geld aus. Also ich habe schon Geld ausgegeben dafür, dass ich mich dann privilegiert dorthin setzen darf, um mir anzusehen, wie James Bond eine Uhr in die Kamera hält, die ich mir niemals mit meinem privilegierten Geld leisten möchte. Ja, also das ist unfassbar. Deswegen, Autos übrigens genauso. Ja, also wenn ich die Kohle hätte, mir einen extrem geilen Wagen zu kaufen, würde ich vielleicht andere Dinge unternehmen, als jetzt gerade ins Kino zu gehen. Aber hey, das ist nur meine randene Meinung. Dann doch eher die Eiskonfekt-Werbung, die irgendwo zwischendurch kommt und dann die Person mit dem Bauchladen. Ja, aber die gibt's ja nicht mehr. In Essen nicht, aber in Münster gab's das früher noch. Das war ja großartig. Damals. Ganz früher noch, auch im Essener Cinemax gab's das auch. Mhm. Kam dann mal noch mit dem Eiswagen vorbei und da hat man sich natürlich Eiskonfekt gekauft. Ja, wobei mich, hab ich nie und es ging mir auch eigentlich jedes Mal auf den Sack, weil das die Vorstellung noch weiter verzögert hat. So, ja, okay, der Wichser will noch ein Eis, der Wichser will noch ein Eis. Meine Fresse, also nochmal zwei, drei Minuten nur, damit irgendwer noch ein Eis bekommen kann? Nein. Außerdem Film und Eis passt für mich, außer Eiskonfekt, passt auch nicht unbedingt zusammen. Nö, ich hab auch, wenn dann Eiskonfekt. Das war auch so ein Ding, nee klar, früher als Kind mit meinem Vater ist ja viel im Kino gewesen und der hat mir halt immer Eiskonfekt gekauft. Das hat sich ja durchgezogen und das mache ich bis heute noch. Wenn es das gibt, kaufe ich mir das. Also Eiskonfekt, Pommes, äh Pommes. Eiskonfekt, Chips und Cola. Ja, wobei der Hack. Wird Chips gesagt? Nein. Popcorn meinst du? Mein Gott, Popcorn, Eiskonfekt, Cola. Ja, ich war eine ganze Zeit im Team Nachos, aber mittlerweile bin ich Team entweder Nicknacks oder M&Ms. Auch schon laute Nicknacks, ja sicher. Ja, erzähl mir, dass die lauter sind als Popcorn. Weiß ich nicht. Ja, außerdem, äh, ich, ich, ich natürlich von einem Vertriebsstandpunkt sehe ich ein, warum diese Popcorngeräte einfach, keine Ahnung, 10 Liter groß sind. Ja, ist okay. Aber niemand, niemand braucht die Menge an Popcorn, die sie da verkaufen. Sie können von mir aus den gleichen Preis aufrufen, aber eine sinnvolle Portion, die man am Ende auch, äh, ne, vertegt hat. Ja, mittelgroße schaffe ich aber. Aber was, also schaffen und brauchen sind ja trotzdem nochmal zwei unterschiedliche Sachen. Ja, auch das, ja. Allerdings war ich da auch ganz froh, dass ich die Popcorn-Tüte fast zum Beginn des Films auch fast schon weg hatte, weil die Werbung so lange ging, weil dann ich mich auf den Film konzentrieren konnte. Und, äh, nur einmal kurz muss ich einmal kurz spoilerfrei anreißen, dieser Spider-Man-Film, holy shit, also ich, dieser Film, muss man erst mal sagen, dass ich alleine ins Kino gehe, ist halt schon auch so ein Ding. Aber ich wusste halt, da ich ja auch beruflich im Internet zu tun habe, aber auch so privat ja schon ein Social-Media-Junkie bin, würde ich es halt nicht lange schaffen ohne Spoiler. Ja, klar. Also, Freitag ins Kino, weil ich folge ja auch den ganzen Comic-Seiten und sowas, eigentlich total doof ist sowas, äh, aber muss ich halt oder will ich auch. Und, äh, dementsprechend dachte ich mir, okay, wann kannst du ins Kino gehen? Habe ich geguckt, im Kalender, okay, hab erst überlegt, schaffe ich es nochmal nach Essen zu kommen, dass wir ins Kino fahren könnten, wäre auch frühestens heute gegangen, wäre mir zu spät. Also, okay, dann habe ich einen Nachbar gefragt, der hat mir dann unmissverständlich gesagt, nein, in den Film gehe ich nicht. Bei dem anderen Nachbarn. Und rufe mich nie wieder an. Genau, bei dem anderen Nachbarn hatte ich irgendwie Angst, dass er sagt, ja, äh, ich frage mal meine Freunde, ob die mitkommt. Ich hatte quasi Angst, dass er da nicht checkt, dass ich dann eher doch nur mit ihm ins Kino gehen wollen würde. Weil die Freundin so anstrengend ist oder, ich meine, ist doch völlig egal, wenn du ins Kino gehst. Nein, aber danach wäre man ja noch weggegangen. Da hätte man noch ein bisschen quatschen können, das geht, glaube ich, wir beide besser, als wenn sie dabei gewesen wäre. Und dann dachte ich, okay, Jenny ging natürlich nicht wie ein Kind. Und da habe ich gesagt, weißt du was, ich gehe Freitag alleine ins Kino. War erstmal ein komisches Gefühl tatsächlich, so alleine ins Kino zu gehen, dann da irgendwie sich das Popcorn zu holen, sich da hinzusetzen. Und dann war auch noch witzig, man sah es wirklich nicht, ich habe es nochmal kontrolliert, man sah es nicht bei der Bestellung. Saß ich auch nochmal schön alleine, so ein Zweiersitz. War auch irgendwie, okay. Und dann, das größte Problem war, der Film ist so geil und man muss halt, weil ich ja schon viele Freunde habe, die den auch gucken werden, kann ich ja mit niemandem darüber reden. Dann kommst du da aus dem Film raus und denkst dir, wow, 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 was habe ich hier gerade gesehen? Ich kann es niemandem erzählen. Und das war irgendwie schon ein doofes Erlebnis, weil ich gehe ja zum Beispiel auch sehr gerne mit dir ins Kino. Weil wir halt auch sehr viel, wenn ein Film scheiße ist, meistens lustiger, als wenn ein Film gut ist. Ja, auf jeden Fall. Weil wenn ein Film Mist ist, haben wir ja unfassbar viel Spaß, was nicht immer alle im Kino gut finden. Aber hätte damals einer bei hier Batman, was haben wir gesehen? Hier Suicide Squad, ne? Nee, Batman gegen Superman haben wir doch gesehen. Nee. Wir haben auf jeden Fall Justice League zusammen gesehen. Den meine ich doch, Justice League, wo wir ja nur gelacht haben und gesagt haben, was ist das hier für ein kranker Quatsch. Ja. Und darüberherum fanden das ja nicht alle witzig. Ein paar haben ja mitgelacht, ein paar fanden das ja nicht so lustig. Ich glaube, mit dir war auch mal der Fall, dass sich einer in der Werbung umgedreht hat, oder? War das mit dir? Kann sein, ja. Oder mit Steffen? Ich meine, es war mit dir, dass wir in der Werbung so viel gequatscht haben und darüber gelacht haben, dass sich einer umgedreht hat und gesagt hat, so viel übrigens zu, wer möchte sich eine halbe Stunde in der Werbung angucken, ne? Ja, schon mal wieder. Und das war jetzt nicht während eines Trailers, da hält man auch die Schnauze. Aber es war halt während einer Werbung. Und was ich halt zu dem Film noch sagen möchte, ist, es war ja ein Marvel-Film. Also ein Film aus dem sogenannten MCU, das Marvel Cinematic Universe, was jetzt seit 2008 aktiv ist. Hat mit Iron Man angefangen und ist jetzt aktuell beim dritten Spider-Man. Seit 2008 gibt es, bitte? Kann man diskutieren, ob es der dritte Spider-Man ist. Jetzt im MCU ist es der dritte Spider-Man mit Tom Holland. Ja, okay. Der insgesamt achte Spider-Man-Film, den es gibt, seitdem wir leben. Aber im Marvel Cinematic Universe stand jetzt Tom Holland der einzige Spider-Man. Okay. Alles, was du jetzt schon über diesen Film gesehen hast, werden Spoiler. Deswegen versuche ich das gerade zu umschiffen. Ja, ja, ist okay. Merkt euch diesen Satz, wenn ihr den Film sehen wollt. Ach, du hast schon was gehört von dem Film? Ich, ne, Popkultur-Osmose nennt man das. Da kann ich ja mit dir doch drüber sprechen. Du kannst mit mir über einiges sprechen, aber ich persönlich bin auch jemand, der Filme mehr wertschätzt, wenn er sie, wenn er gespoilert wurde teilweise. Da nicht. Okay. Ey, du hättest das im Kino, aber ich hab's das auch nie erlebt. Die haben gejubelt, geschrien, geweint, gelacht in dem Film. Die sind alle extrem ausgerastet. Ob's wirklich alle waren, weiß ich nicht. Es waren genug Leute, um dann eine unfassbare Stimmung in diesem Film zu erzeugen. Und was ich halt wirklich, was ich halt erzählen wollte, wie diese Post-Credit-Szenen, das heißt, es kommen ja immer während oder nach dem Abspann noch ein bis zwei Szenen, die alle für Fans von Marvel Universe meistens sehr bedeutsam sind, weil es auch viele Insider sind. Aber meistens ist ja ein Ausblick gibt, was noch so kommt. Viel auch mal lustig. Manche Sachen einfach nur neugierweckend. Das sollte man nach 13 Jahren ja eigentlich wissen. Und eigentlich hab ich das auch von den Leuten erwartet, weil neben mir waren so zwei Mädels. Die waren so zwischen 20 und 24, 25. Vielleicht ein bisschen jünger, ein bisschen älter. Ich meine aber ungefähr so. Die waren auch so laut. Das ist im Film mega Spaß gemacht, weil ich immer so gehört habe. Weil ich irgendwie witzig fand, dass die junge Generation da auch so drauf abfährt. Die haben zwei Achte-Filme auf jeden Fall nicht im Kino gesehen. Wäre also unwahrscheinlich. Und da haben die da halt gejubelt und gelacht, kannten auch irgendwie alles. Hat man so ein bisschen immer mitgehört. Abspann geht, die gehen. Und ich hab mir so, hä? Also gibt's wirklich Leute, die jetzt alle Filme gesehen haben, aber nicht wissen, dass danach noch Szenen kommen? Ja gut, vielleicht, also erstmal, du hast recht, sollte man mittlerweile wissen. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, wenn man alle diese Post-Credit-Szenen nimmt und daraufhin überprüft, wie viel dieses Contents tatsächlich am Ende umgesetzt wurde. Also. Ja, erzähl. Ja, ich glaub, ich hab einen Film natürlich, ich hab Eternals nicht gesehen. Was viele auch mir gesagt haben, soll ich nicht machen, mach ich natürlich. Wenn der, ich glaub, nächstes Monat kommt der schon bei Disney+. Ich weiß noch nicht mal, was das ist. Ist auch ein MCU-Film. Das war der erste Film, wo ich recherchieren musste, wer das ist. Also ich hab noch nie, also nein, stimmt nicht. Ich hab schon sehr viel davon gehört. Immer mal wieder in so Comic-Blogs und Social-Media-Gruppen. Aber ich dachte immer, ja, irgendwie so neumodischer Quatsch, brauchst du dich nicht mit beschäftigen. Weil meistens ja die Filme noch nicht der neumodische Quatsch sind, sondern alle sehr alteingesessene Helden. Also Thor, Captain America, Iron Man, Spider-Man, alle 70 Jahre und älter gefühlt. Dementsprechend, naja, ist irgendeine Story unwichtig. Jetzt gibt's da einen Film, ich wusste auch gar nicht, was das ist. Und da gibt's wohl, also da taucht, glaub ich, was auf oder jemand auf, der schon vor über zehn Jahren angeteasert worden ist in diesen Post-Credit-Szenen. Es ist jetzt nicht wichtig, um den Film zu verstehen, aber es ist natürlich für Fans des Gesamtkonzeptes schon krass, wie weit da geplant wird, dass das mal so passiert. Das ist halt schon manchmal sehr beeindruckend. Ja, ich bin ja der Zyniker, ne? Und ich denk mir, ja, okay, wir pflanzen jetzt hier die Saat, um später das auch in Cash zu verwandeln. Ist ja okay, das ist ein reines Business. Ich seh da leider nicht so diese kindliche Freude da drin. Ja, und die seh ich so bei mir ja gerade. Ja, merke ich. Ja, der Film ist einfach, also, man sagt so immer so Fandienste oder Fanservice, ne? Fandienste habe ich übrigens noch nie jemanden sagen. Fanservice. Ja, Fanservice, ja, aber Fandienste. Dann halt Fanservice. Und das ist halt wirklich so übel in dem Film, aber vor allem ist es so genial in dem Film, weil oft ist ja Fanservice meistens sehr überflüssig. Überflüssig, Quatsch, einfach nur, ja, komm, da sind drei Leute glücklich, freut euch den Ast ab. Ja. Da ist es so geil umgesetzt. Jedes einzelne Teil in dem Film ist großartig. Und ich freue mich, also, das hörst du mich jetzt auch nicht oft sagen, aber da Jenny ja die Filme auch, seit ich da bin, alle gesehen hat, will sie den Film natürlich auch sehen. Und kannst du dir vorstellen, ich freue mich sogar tatsächlich, diesen Film ein zweites Mal zu sehen. Ja, sicher. Das wäre der erste Film, jetzt abgesehen davon, dass ich früher noch auch Free-TV geguckt, also hier genau Privatfernsehen geguckt habe, habe ich bestimmt alle Filme vor diesen ganzen Streaming-Sachen auch ein paar Mal dann geguckt, wenn sie halt bei ProSieben liefen oder so. Aber das ist wirklich so ein Film, den gucke ich mir wirklich dann gerne noch ein zweites Mal an, weil der so gut ist. Ja. Und ich war jetzt auch eine Zeit lang so ein bisschen wieder raus aus diesem ganzen Comic-Game, aber ich werde morgen meinen Panini-Mann anschreiben und sagen, her mit den Comics. Ich habe wieder richtig Bock und falls das Ganze jetzt irgendwie noch, meistens werden ja so Filme schon irgendwie mit den passenden Storys von Comics begleitet, will alles darüber lesen. Also ich will ja alles darüber lesen und es hat so einen Spaß gemacht, aber du sitzt am Ende da, geil, geil, geil und du kannst nirgends wo mit dieser Freude hin, weil du der Erste warst, aus deinem Bekanntenkreis der Film gesehen hat. Ich habe halt Montag einen großen Blog-Artikel drüber geschrieben, habe dann halt wie der letzte Nerd in irgendwelchen Facebook-Comic-Gruppen dann bei den Spoiler mitgelesen und da was kommentiert und mir dann so Videos angeguckt, so alle Easter Eggs aus dem Film und sowas. Aber es ist ja nicht das Gleiche, als ob ich mit Freunden teile oder einfach mal ein bisschen abnerden kann. Ja. Aber großartiger Film. Ja, was ich, was das angeht, regelmäßig mache ist, egal ob ich jetzt alleine einen Film sehe oder nicht, ist, dass ich mir danach die Rezension von Red Letter Media ansehe. Kenn ich gar nicht. Und mich dann davon beeinflussen lasse, ob ich den Film jetzt gut fand oder schlecht. Ja, wobei das ja damals tatsächlich geil war. Ich hatte ja bei Justice League zum Beispiel auch gar keine Erwartungen, hatte aber vorher schon Podcasts über den Film gehört, wo die sich schon über einige Sachen ja lustig gemacht haben. Auf die wären wir auch selber gekommen, aber das war einfach mega witzig zu wissen, dass wenn du schon sehr viel Trash gesehen hast, aufgrund des Podcasts erweist, dass das noch krasser, dass das doch gar nicht das war, worüber die sich aufgeregt haben. Und denkst dir so, holy shit, das kommt auch noch. Und du denkst dir so, oh mein Gott. Deswegen, solche Sachen kann es ja auch geben, ne? Ja. Aber da in dem Film war ich, klar, über Spider-Man wusste ich ein paar Gerüchte, die lese ich auch am Anfang, solange sie halt nicht bebildert werden einfach. Und deswegen war man ja so gehypt auf den Film. Was ist davon wahr, was ist nicht? Passiert das wirklich? Und jetzt gerade muss man wirklich sagen, finde ich es irgendwie auch, jetzt läuft bei Disney Plus gerade ja die Serie Hawkeye zum Beispiel, auch da sind Sachen passiert, wo ich mir dachte, die nächsten zehn Jahre sind gesichert einfach. Also allein, weil Blade demnächst ja auch kommt. Freue mich auch tierisch drauf. Lebt Whistler Snipes noch? Nein, aber ... Ich meine schon, er lebt noch, aber ... Achso, nein. Nein, doch, aber er wird nicht mehr als Blade auftreten. Wer wird denn Blade verkörpern? Also kennt man den Darsteller oder ist das wieder so ein ... Green Book? Ich kann den Namen nicht aussprechen. Ah. Schabalala? Schai, Schai, Schabalala? Ja, ich weiß, wen du ... Ich meine, das ist nur böse, falls du uns zuhörst, aber ... Der Hauptdarsteller? Ja. Der ist schon relativ alt für die Rolle? Sieht nicht so aus. Also, ich habe, ein Bild gibt es von ihm im Case, sieht gut aus. Na gut. Ich dachte eher, der wäre zu groß. Blade ist ja nicht so, also, Wesley Snipes ist ja kein großer Mann. Das war ja immer so ein kompakter 1,70 groß. Ich glaube, der andere ist jetzt im Jahr 1,90, glaube ich. Jedenfalls sieht er halt, weil der auch ein bisschen schlagsiger ist. Oder damals noch, wer weiß, was sich drauf schafft für den Film. Auf jeden Fall, all das, was jetzt irgendwie noch so kommt und wie aktuelle Sachen umgesetzt werden, freue ich mich sehr drauf. Ist Matrix eigentlich schon im Kino? Nee, ist noch nicht. Kommt jetzt aber, glaube ich, noch dieses Jahr. Ja, ich glaube, jetzt diese Woche ... Habe ich so Bock drauf. Null. Habe auch den Trailer gesehen. Ich habe so Bock drauf, weil es so kacke werden wird. Es wird so richtig geil scheiße. Und ich werde in diesen Film gehen und mir denken, wow, Keanu, warum? Du bist John fucking Wick, du brauchst diesen Scheiß nicht. Ja, es ist einfach zu geil. Und ja, ich glaube, es wird einfach absolut fantastisch. Ich werde mir aber vorher nicht etwa die Matrix-Teile nochmal ansehen, sondern Bill & Ted 3, den ich auch noch nicht gesehen habe. Den gibt es jetzt bei Sky tatsächlich. Fantastisch. Den wollte ich mir auch angucken. Hau ich mir sofort dieses Wochenende auch rein. Oder der steht, glaube ich, demnächst. Der kommt jetzt bald auf jeden Fall und den möchte ich mir auch angucken. Aber ohne Scheiß, da können wir gerne eine Watchparty draus machen. Auch gerne mit Distanz, ist mir scheißegal. Das wäre, glaube ich, mega witzig. Das können wir mal machen. Das wollten wir eh schon immer mal machen. Aber dann parallel über Discord trotzdem ein bisschen quatschen. Ja, klar, sicher. Und uns das schön zerreißen, weil ich glaube, das wird extrem, extrem witzig. Ich glaube, der Film ist komplett während Corona untergegangen, oder? Er wurde nicht im Kino gezeigt, deswegen. Oder zumindest nur sehr, sehr limitiert. Aber da wir jetzt immer noch bei Filmen sind, bevor wir immer noch zu meinem TV-Auftritt oder einer Weihnachtsfeier kommen, du hast mit mir was gemacht, was nicht gut ist. Okay, was? Aktuell gucke ich jeden Tag bis 11, 12 Uhr. It's always sunny in Philadelphia. Du hast mir ja nicht geantwortet auf meine ersten Nachrichten darüber. Okay. Ich bin bei Staffel 5. Nice. Und du hast noch sieben jetzt vor dir so in der Gegend? Ey. Wie kann eine Serie ... Also, wow. Ja. Erste Folge Rassismus. Zweite Folge Abtreibung. Dritte Folge Waffenrecht. Jetzt fünfte Folge hat er ein Musical gemacht, was Pädophilie ein bisschen abreißt. Ey, das ist so ein kranker Scheiß. Das ist so ein kranker Scheiß. Die vier sind total ... Fünf sind total bekloppt. Vor allen Dingen, dass sie halt sich komplett ... Also, die Macher, also die Darsteller sind auch gleichzeitig ... Ich weiß. Ich hab alles darüber gelesen. Fantastisch. Ja, aber vielleicht wissen es unsere Hörer nicht. Boah. Also, die Darsteller sind gleichzeitig auch Produzenten beziehungsweise Schreiber der Serie. Und, also auch von Anfang an. Nicht irgendwie wie bei, was weiß ich, hier ... How I Met Your Mother oder sowas, wo die dann nachher ... Ja, okay, du kriegst eine halbe Million mehr und du kriegst einen Producer-Credit. Nein. Die waren von Anfang an darin involviert. Und deswegen ist es halt auch so ein Projekt, wo sie von vornherein, glaube ich, sich gedacht haben, wir machen es jetzt einfach. Und wenn wir dann gecancelt werden, ist egal. Ja, mein Gott, wir hatten Spaß in der Sache, die wir hier gemacht haben und gut ist. Auch mit ... Du hast ja erzählt hier wegen Danny DeVito, dass er ja nicht voll wenig macht. Aber da einfach sagt, das macht einfach Spaß. Ja. Was für ein kranker Kerl ist Danny DeVito. Ja. Dass der in dieser Serie das spielt, was er da spielt. Also wirklich diesen ... Also komplett ... Diesen wirklich ranzigen, ekelerregenden ... Ja, aber wirklich ... In der letzten Folge ging es darum, wer hat ins Bett geschissen? Dann wäre so eine Art Crime-Folge am Ende. Da kommt dann einer, die versucht, alles aufzulösen. Am Ende ist dann kurz Pause. Da hat sie so ihre Theorien, hat jemanden beschuldigt. Ist kurz Pause. Und dann Danny DeVito, ne, ich habe ins Bett geschissen. Ja, wieso das denn? Ich scheiße einfach gerne. Übrigens, ich habe gerade wieder geschissen. Und dann liegt er in der Bar einfach ein Haufen Scheiße. Ich habe mich nicht mehr eingekriegt. Das ist so ein niedriger Humor. Aber der erwischt mich immer wieder eiskalt. Auch so Kleinigkeiten. Da gibt es so eine Folge ganz am Anfang. Da machen die bei so einem Football-Trainings-Tag mit. Und dann läuft einer von den Charakteren so in Slow-Mo. Ich bin der geilste Typ. A la ... Baller, bumm, liegt er bewusst aus. Ich bin von der Couch gefallen vor Lachen. Ich habe mich fast eingenässt. Wirklich, ey, da sind Szenen da. Man muss auch ehrlich sagen, da sind auch Folgen dabei. Die sind nicht so gut. Das kannst du auch nicht konstant halten. Aber dadurch, dass du halt nicht weißt, dass jeden Moment wieder was völlig Abgefahrenes passiert, guckst du die Folgen und denkst mir die ganze Zeit, wie machen die das doch 70 Folgen lang? Was hast du da noch für Themen? Und man merkt dann so langsam, dass die auch ein bisschen mehr Budget bekommen haben. Ja, auf jeden Fall. Es gibt mehr Außen-Szenen, es gibt ein bisschen mehr Outdoor-Sachen. Jetzt gab es so eine erste Wild-West-Folge. Die war zum Beispiel so, geht so gut. Die hat auch ein paar Kracher, aber ging so. Dann so diese Musical-Folge. Das heißt, die ging jetzt so ein bisschen auch mal raus auf den Bühnen oder auch andere Settings. Aber das ist so abgefahren. Also auch die weibliche Hauptdarstellerin, die ist so bekloppt. Die sind alle sowas von bescheuert auf ihre Art. Da ist keiner normal und auch keiner gleich bekloppt. Ja, aber dabei halt auch nicht einfach nur Klamauk oder Ulkig, sondern es ist einfach, die Charaktere spielen sich ja komplett ernst. Ja, aber halt absolute asoziale Vollpfosten. Ja. Also vor allem das Asoziale, das ist so schlimm anzugucken, aber ich kann nicht aufhören. Hast du schon die Folge gesehen, wo ... In den ersten drei Tagen habe ich jeweils eine Staffel geguckt. Hast du schon die Folge gesehen, wo die Geschwister, also die Frau und ihr Bruder logischerweise, wo die sich entscheiden, hey, warum nicht einfach mal Crack ausprobieren? Ja! Aber auch mit ... Und dann werden die auch einfach von ihren Freunden gesehen, ja, habt ihr mal einen Fufi? Was ist denn mit ... Ach komm, egal. Auch wie die Frau ständig irgendwie ignoriert wird und übergangen wird, dann kommt die irgendwie in die Bar rein, ich hab ne Neuigkeit. Dann kommt dann in die Vito rein, ich hab ne ... Dann wird die einfach ignoriert, kommt dann in die Vito rein, ich hab ne Neuigkeit. Ja, ach so, ja, erzähl mal. Und dann sagt die, ja, ich bin ... Ich krieg ein Baby. Und dann diskutieren die, was ist spannender, dass Danny DeVito irgendwie eine doofe Idee hat oder dass sie ein Baby bekommt aus dem Nichts. Und dann stimmen die da ab und sagen, ja, nee, lass mal dem Danny zuhören. Das ist so ... Also ernsthaft, Leute ... In einer Folge, wo auch Frauen und Tochter spielen, dass sie ein Paar sind, Danny DeVito irgendwann mal, um das Erbe zu bekommen. Und da spielt ja auch der ... Das ist ja auch so witzig, dass irgendwie der Mann von eine himmlische Familie da mitspielt, auch in so einer christlichen Rolle, der dann irgendwie das Haus erbt, weil er was mit der Mutter hatte. Ah, ja, okay. Und das sind ... Das ist so abgefahren, diese Serie. Ich wusste ja immer, dass die gut ist, aber ich wusste nie genau, warum. Es ist ... Also nochmal, Leute. Ich weiß, es ist nervig. Und die ist gut gealtert übrigens. Ja, weil sie halt nicht ... Weil ... Nicht viel Special Effects oder viel Technik ... Ja, und auch in den Milieuspielen, womit man so wenig zu tun hat, dass man denkt, ja, das passt schon so. Ja. Ja, das spielt größtenteils in der Bar. Und was soll sich in den letzten 15 Jahren in der Bar geändert haben? Boah, der wiederkehrende Charakter, der am Anfang Pfarrer war und immer weiter abrutscht. Ja, Cricket. Ja, Cricket. Boah. Es ist so fantastisch. Also, ernsthaft, Leute, ich weiß, ihr findet es nicht so geil, wenn wir einfach abnerden über irgendeine Serie, aber It's Always Sunny in Philadelphia. Guckt es euch einfach an, macht das Sky-Abo auf für die Weihnachtstage, wenn ihr eh nichts zu tun habt und im Lockdown steckt. Es ist fantastisch, es lohnt sich. Ja. Und der harte Rassismus in der ersten Folge. Boah. Ich meine, würden sie heute wahrscheinlich nicht mehr machen in der Form. Ich glaube nicht. Aber so wie es da gespielt ist, ist es aber immer noch sinnvoll gespielt. Ja, es gewinnt ja auch der Richtige am Ende. Ist ja nicht so, als wenn man da jetzt mit Rassismus hat, gewonnen, rausgeht. Nee, das auf jeden Fall nicht. Aber auch Abtreibung. Dann geht ja ein Typ auf zwei Demos gleichzeitig, weil er einmal eine Frau haben möchte, die für Abtreibung ist und einmal die gegen ist. Und dann klettert er da irgendwie über den Zaun zwischen den Abtreibungen, wird er mit Eiern beworfen und dann sagt sie am Ende noch so, irgendwie da trifft er da nochmal die, die halt gegen Abtreibung war. Dann sagt sie, ich bin schwanger von dir. Du musst abtreiben. Ja, aber. Ja, nee, du musst auf jeden Fall abtreiben. Ja, aber wir sind doch dagegen. Nee, ich kriege auf gar keinen Fall ein Kind. Ja, nee, war nur ein Test. Bist halt durchgefallen. Und dann er nur so, oh Gott sei Dank, und geht. Das ist einfach nur, boah. Oh, scheiße, ey. Ja, das ist wirklich, wie gesagt, die, ja, hören wir auf damit. Ja, aber ist doch ein roter Faden, den wir jetzt mal haben. Du empfiehlst mir was, ich hab was geguckt und reagiere. Ja, ich, ja. Jetzt hab ich dir nochmal gesagt, geh unbedingt in Spider-Man und bis wir uns beim nächsten Mal sehen, warst du hoffentlich in dem Film, dann können wir drüber sprechen. Ist tatsächlich von auszugehen, aber. Das würde ich gerne nochmal machen, bitte. Ich glaube, ich könnte mir echt vorstellen, wenn denn jetzt Matrix rauskommt, einfach so einen Tag im Kino zu verbringen, einfach schön nachmittags um 17 Uhr oder so reingehen, den ersten Film gucken, dann vielleicht danach einmal raus, was essen gehen und danach den zweiten Film sich reinballern. Habe ich auf jeden Fall hart Bock drauf, weil was will man jetzt zwischen den Jahren auch groß machen? Viel passiert nichts und jetzt groß durch Deutschland reisen, Familie sehen oder Freunde treffen, werde ich jetzt dieses Jahr auf jeden Fall nicht machen, von daher, why not? Ja. Habe ich auf jeden Fall mega, mega Lust drauf. Hast du noch irgendwas, was wir hierin verwursten können? Ja, mein TV-Auftritt und die Weihnachtsfeier. Ja, erzähl mir von deinem TV-Auftritt. Du warst auf Phoenix? Nee. RTL Explosiv. Ah. Ah. Und das war super witzig. Also, erst mal so, ich bin an einem Freitag vor zwei Wochen angefragt worden, da ging ein viraler Spot rum, den kein Mensch kennt, das ist ziemlich witzig, der hat irgendwie ungefähr 25 Millionen Views bei TikTok und vier Millionen, glaube ich, bei YouTube. Aber nicht deutsche Views, sondern international? Nee, deutsch. Oh, okay. Trotzdem, jeden, den man, obwohl man muss gar nicht, also es ist ein deutscher Spot für deutsche Zielgruppe, aber aufgrund der Protagonisten kann es auch einfach sein, dass es auch international ist. Es ist einfach ein Spot, der ist folgendermaßen aufgebaut, da sind vier TikTok-Stars drin, vor allem zwei von den sogenannten Elevator-Boys, das sind so vier oder fünf Jungs, alle mit 3,5 bis 4 Millionen Follower, die machen da so ein bisschen Spürkes in so einem Aldi-Laden, da geht es eigentlich nur darum, dass der Geschäftsführer hat eigentlich nur eine Idee, da geht es darum, so mehr für dein Geld, er will eine Einkäufe bezahlen, dann sagt er irgendwie, ja, 3,50 Euro, was, so wenig für so viel Ware und seine Lösung ist dann einfach, einen größeren Einkaufswagen zu machen, damit die Ware weniger aussieht, dass man auch weniger bezahlt. Und in dieser Story sind aber diese vier TikToks da sehr gut eingebaut worden und da hat die halt angerufen, dass die gerne einen Marketing-Experten hätten, der darüber mal spricht, ob das denn ein guter Spot ist und warum der so viral geht. Ich würde mich ja niemals selbst als Marketing-Experte bezeichnen, habe ja schon mal erklärt, so Experten-Status ist nichts, was man sich selber verleiht, andere müssen ja von dir denken, dass du Experte bist, da ich aber bei, kurzer Spoiler für die Geschichte, bei RTL-Explosiv die Bauchbinde jetzt bekommen habe, wo stand Burkhard Asmund, Marketing-Experte, wobei da stand, mein Name war falsch, da fehlte ein H in Burkhardt, was auch unfassbar peinlich ist für RTL. Das ist in der Tat, ja, für dich, aber mach weiter. Warum das denn? Ja, wie groß haben die sich mit dem Experten auseinandergesetzt? Die haben mich angeschrieben, die haben mein Buch geschenkt bekommen, die haben meine Visitenkarte mitbekommen und eine E-Mail von mir bekommen. Also die Redaktions... Ein Experte. Die Frau aus der Redaktion schwört darauf, dass sie es richtig weitergegeben hat. Auf jeden Fall kamen die dann am Montag vorbei. Nein, Herr Asmund, ich habe es auf jeden Fall weitergegeben. Auf jeden Fall kamen die am Montag vorbei und ich halt echt, ich war mega nervös, weil das habe ich auch noch nie gemacht und dachte mir so, holy shit, RTL-Explosiv ist jetzt auch was, was ja schon viele Menschen gucken, kann man auf leider, Klammer zu, nein, aber ich war dann halt am Montag hier, war dann zufällig am Sonntag auch in Essen bei meinen Eltern mit Ruby und habe dann halt mein Kind da abgegeben mit den Großeltern und bin dann nochmal hier in die Agentur gefahren, um das hier alles ein bisschen aufzuräumen. Wir hatten seit Monaten so gewisse Bilder auch, die wir hier aufhängen wollten, damit das so ein bisschen schön ist, überall kotunda, kotunda, kotunda und dann kamen die am Montag auch und dann haben die über eine Stunde bei uns hier gedreht, tausende von Schnitte gemacht, von links, von rechts, Kamerafahrt hinter mir, Kamerafahrt vor mir, da habe ich bestimmt 20 Minuten gesprochen, da hat die mir so drei, vier Fragen gestellt, ich habe die halt auf meine Art so ja ausführlich beantwortet, in der Hoffnung, so Clips da sind, habe ich ja vorher geguckt, so Clips zwischen fünf und sieben Minuten sind dann normal, da dachte ich mir ja, Redezeit brauche ich, die waren auch total begeistert, super, wollen auch wieder kommen, öfter mit mir zusammenarbeiten, vielleicht soll ich nicht so viel gegen diese Sendung haten, aber wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie es hören. Auf jeden Fall, nein, der Beitrag war ja gut. Jemaliger Experte. Ja, aber dann war auf jeden Fall witzig, dann ging der Spot halt, nein, erstmal wurde mir gesagt am Montag, dass das für die Sendung am Montag war. Ich zum Glück, dass es kaum jemandem erzählt, weil ich dachte, wenn es dann am Ende nicht kommt oder nicht gereicht hat für die Sendung, mega peinlich. Aber alles vorbereitet, abends geguckt, extra RTL Plus abgeschlossen, damit ich das auch gucken konnte. Da übrigens auch noch mal ein kleiner Rückblick auf unsere Themen, aktuell zu Weihnachten bei RTL laufen einfach nur Spots für Parfüm und zwar wirklich fünf, sechs Stück in Folge, supernervige Werbung, weil die eigentlich alle total austauschbar sind und ja, wir dann halt RTL Explosiv geguckt, erstes Mal nach, weiß ich nicht, 10, 15 Jahre oder so, dann wirklich die Themenvielfalt, ne. Kind fast ertrunken im Pool, wegen dieser, wegen diesem Sog unten, dann Frau entführt und zerstückelt, dachte ich, jetzt komm ich oder was, ne, über TikTok-Spots geredet oder was. Ich in der ersten Sendung kam ich nicht. Dann am nächsten Tag hatten wir einen Tisch für 18 Uhr bestellt in einem Restaurant. War wegen Jahrestag. Da habe ich zu meiner Freundin gesagt, okay, wir machen das auf jeden Fall, ich hatte mich auch mega aufs Essen gefreut, scheiß auf den TV-Beitrag, ich mache Handy auf jeden Fall aus, damit ich nicht abgelenkt werde. Wieder nicht gelaufen. Und dann, an dem Tag hatte ich es sogar schon ein, zwei Leuten erzählt, weil ich einfach sicher war, weil die hatte mir gesagt, es wird hundertprozentig ausgestrahlt, es müsste schon was Gewaltiges passieren, wie zum Beispiel Kölner Domstürz ein. Ich aus dem Fenster geguckt, steht noch, also sollte eigentlich, ich habe ja keinen Domblick. Also ich habe schon einen, aber dafür muss ich mich in Lebensgefahr begeben, weil ich mich sehr weit rausbeugen muss aus unserem Fenster. Aber auf jeden Fall, dementsprechend, wieder nicht gelaufen, dann am nächsten Tag, da war dann der Mittwoch, glaube ich, war es dann endlich soweit, dann kam er und der Clip ging los und dann haben die die Geschichte erzählt, hatten auch Interviews gemacht mit diesen Superinfluencern quasi und der Clip lief und lief und dann am Ende kam er, was sagt eigentlich Marketing-Experte, Burkhard Aspott oder so dazu. Ja, wie ist denn die Zielgruppe für diese, für Aldi, was bedeutet das denn, wenn die junge Zielgruppe jetzt alle diesen Aldi-Spot sehen? Ja, diese Zielgruppe wird ja auch älter und wenn die sich dann entscheiden müssen zwischen den Discountern, kann ja sein, dass der Name positiv im Kopf hängen bleibt, Ende. Ich habe so gutes Zeug gesagt. Ich habe mir die Zahlen alle auswendig draufgebracht. Ich hätte sagen können, jeder von den TikTokern, wie viele Follower, die habe ich auch gesagt, wie viele Clips, wie viele, warum, weshalb. Ich sollte mir den Clip acht, neun Mal angucken und kommentieren beim Gucken. So, ah, super gemacht, tolle Storytelling, super Geschichte, auch weil in dem Clip ist ganz witzig, die arbeiten mit vier nicht günstigen Influencern zusammen, aber trotzdem sind die vier nicht Hauptprotagonisten in dieser, die werden also in dieser Story sehr geschickt nur platziert. Habe ich alles super analysiert, total toll mit der Kamera, also eben nicht mit der Kamera, habe ich super Interview gegeben, haben die auch gesagt, toll, am Ende bleibt dieser eine Satz da stehen, denke ich mir so. Also, trotzdem hat geklappt, ne, Bauchbinde, wie ich haben wollte, da steht jetzt Marketing Experte, habe ich Screenshot von, sieht super aus, ab sofort bekannt aus RTL, auch hier unser Podcast jetzt, bekannt aus RTL, auf jeden Fall, ja, aber wie immer halt, danach machst du halt ein Posting fertig und kein Mensch guckt sich den Beitrag an, auch alle so, wow, du hast den Fernsehen voll toll. Ja, nee, also ich wusste schon, ich meine, daran erkennt man ja, dass wir Freunde sind, ich habe dir sofort gesagt, ja, ich habe gesehen, dass du auch immer gepostet hast, aber ich lese mir doch nicht deinen Blog durch, hättest du, hättest du da unten den Link direkt eingefügt, hätte ich auch damit interagiert, ja, aber. Der ist doch, aber ich muss die Leute erstmal auf meine Seite kriegen, dann klick doch da auf den Link drauf. Du weißt doch, du weißt genau, wo, was das mit Abbruchraten und Conversions zu tun hat, ja, je weiter du den Klickpfad durch musst, desto weniger. Ja, aber was habe ich denn davor, wenn Leute nur bei RTL auf die Seite gehen? Ja, da hast du gar nichts von. Da müssen sich 300 Minuten den Klick angucken, um mich 10 Sekunden zu kriegen. Ja, und so hat dich gar keiner gesehen und so hat keiner auf deinen Blog gegangen. Nö, 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 bei LinkedIn ging das gut ab. Also, bei LinkedIn habe ich sehr gute Reichweiten erzielt und, ja, den Titel Marketing-Experte bei RTL nimmt mir ja erstmal keiner mehr, damit kann man ja schon ein bisschen werben. Und es hat auch mega, was aber, es hat. Es wäre so großartig, wenn RTL eine Gegendarstellung verbreiten würde. Es hat echt viel Spaß gemacht, diese Aufnahme und ich war echt nervös. Ich war lange nicht mehr so nervös. Also wirklich so, wow, 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 wow. Fernsehen war ich tatsächlich noch nie, noch nie freiwillig. Okay, fair. Ja, habe ich ja auch gesagt, dass damals bei Jan Böhmann kann man hören, Special-Folge, irgendwie, keine Ahnung, Folge 30, vielleicht weniger. Die ist ja jetzt ein Spezial, also die hat keine Nummer. Stimmt, die ist eine Spezialnummer. Immer noch gute Klicks, wenn man nämlich Prism is a Dancer sucht, findet man uns bei Spotify. Auf jeden Fall, genau, war mein erster beruflicher TV-Auftritt, das war schon cool. Im Radio war ja schon ein paar Mal, Zeitungen, Magazine, andere Podcasts, alles schon gemacht. Dieses Jahr sogar verhältnismäßig viel, also wegen meines Buchs. Und dementsprechend war es schon aufregend. Also würde ich auch gerne häufiger machen. Haben die erzählt, wie die auf dich gekommen sind? Die haben mich einfach im Internet gefunden. Das ist gut, das ist cool. Ja, vor allem, weil ich habe sofort von einem Bekannten, auch einem Unternehmer, so einen Post gekriegt, hat er so ein bisschen geschwärzt, dass er quasi auch irgendwie ein, zwei Mal die Woche so Anfragen bekommt. Wir bringen sie ins Fernsehen. Mit dieser Strategie kommen sie auf jeden Fall auch ins Fernsehen. Ja, selbst wenn es funktionieren würde, dann, ich weiß ja von der Qualität von TV-Experten tatsächlich im Fernsehen, deswegen, sich selbst gefunden zu werden, ist halt was ganz anderes. In der Referenz ein Thema und sich mal den Typen angeguckt. Haben ja auch mit mir telefoniert, um zu gucken, ob es passt und solche Sachen. Ist halt besser, als sich so anzubiedern. Weil den Fall hatte ich, habe ich dir mal hier erzählt. Wir haben mal mit einem Typen zusammengearbeitet, der halt auf richtig dicke Hose gemacht hat. Ich fahre immer nach Dubai, habe hier heute wieder 48 neue Leute angestellt, 26. GmbH gegründet und er hat sich immer als erfolgreichster PR-Manager Deutschlands präsentiert. Hat einen Monat mit uns gearbeitet für knapp vierstellig. Also, ich stehe scheiße drauf, 1200 Euro war die Rechnung, glaube ich brutto sogar. Hat er nie bezahlt. Saß aber plötzlich, habe ich durch Zufall gesehen, oder er hat es gepostet, oder durch Zufall gesehen, dass er plötzlich bei Sat.1 Frühstücksfernsehen als TV-Experte saß, als Social-Media-Experte. Da hat er wirklich in der Live-Sendung erzählt, dass man auf gar keinen Fall im Internet auf Videos setzen sollte. Cool. Quasi das beste Format, was funktioniert, gesagt, mach das auf gar keinen Fall. Wir können Leute nur ständig Videos ins Internet posten. Und man hat halt gesehen bei dem Gesprächspartner, bei dem Frühstücksfernsehen, dass er nur mit den Augen gerollt hat, die ganze Zeit, sich voll unwohl gefühlt hat in seiner Gegenwart. Und der Typ hat das auch genauso ausgeschlachtet wie ich. Dann hätte die Screenshots davon natürlich Live-Sendungen und so gezeigt. Aber der hat absoluten Bullshit einfach nur erzählt. Und er hat das halt auch immer so, er hat sich immer Geschichten ausgedacht, dann hat er so PR-Geschichten geschrieben, die er in die Redaktion geschickt, und dann wirst du halt eingeladen. Aber du wirst nicht beleuchtet, ob du überhaupt Ahnung von dem Thema hast, sondern wirst einfach nur von einem aktuellen Thema. Das war damals irgendwas mit Pocher und Wendler und solche Sachen. Also sehr kulturelle, sehr virale Themen wirst du dann befragt. Aber ob der Typ überhaupt Referenzen hat oder Erfahrungen mit dem Thema, wurde einfach nur gefragt. Und seitdem ich das halt gesehen habe, weiß ich halt, diese ganzen TV-Experten, bis auf mich natürlich jetzt, haben halt einfach meistens einfach nichts. Also es ist halt ein riesiger Unterschied. Ja, wenn die jungen Leute das sehen, kaufen sie vielleicht später mal da ein. Es stimmt ja aber auch. Ja, du hast ja recht. Das ist ja schon richtig. Aber ich habe halt viel Geileres, das Zeug gesagt. Weiß halt nur keiner. Die Erde ist rund. Muss man auf RTL auch erst mal sagen können. Ich habe eine Anfrage aber dadurch bekommen. Eventuell, also die genau zu dem Thema halt passt. Und nee, es hat sauviel Spaß gemacht. Ich finde halt nur wirklich so dieses, diese Boulevard-Magazine. Der Beitrag war top. Der war auch gut gemacht. Also vor allem, man muss halt, die haben auch so eine Straßenumfrage gemacht. Kennen sie die Elevator-Boys? Alle, nee, kenne ich nicht, kenne ich nicht, kenne ich nicht. Und dann halt gefragt, ja, warum machen die das überhaupt? Und dann zu erzählen eigentlich, dass es einfach eine andere Bubble ist, dass es einfach andere Plattformen sind. Und die sind ja da auf den Plattformen bekannt. Das war auch alles super. Und immerhin haben die auch mit den angesagten TikTok-Influencer quasi ein kleines Videoschnipsel gemacht. Und dann mich eingeladen. Das war auch irgendwie cool. Aber ich finde halt so diese Boulevard-Magazine, dieses Themen-Hopping ist so brutal. Also ich will nicht nach einem ertrunkenen Kind und vor ein paar Stücke Leiche auftauchen. Also es ist halt so, mach doch mal irgendwie, verstehe ich ja, kann man ja in so einem Magazin. Du hast irgendwie 20 Minuten Zeit, vier Beiträge und was du gerade so hast, einfach. Und ich fand es halt, ich meine immer so, boah, bitte jetzt nicht, das passt doch jetzt nicht. Du kannst doch jetzt nicht. Und deswegen, also das war schon, dann lieber in so einem Marketing-Format, wie ich jetzt bei Radio Essen zum Beispiel war. Da war ja so ein Social-Media-Radio-Format, wo es dann irgendwie eine Stunde nur um Social-Media- und Internet-Marketing ging. Und dann halt so irgendwie ein zehnminütiges Interview mit mir als hier Marketing-Buchautor da oder was. Das war halt dann irgendwie passender, als in so einem Boulevard-Magazin. Der Rest war auch nicht Boulevard einfach. Ach, also ein unbekanntes, totes Kind im Hotelpool ist halt schon. Oh mein Gott. Hast du nicht vorhin gesagt, fast ertrunken? Ja, war auch nicht. Also wurde gebetet. Aber ich fand es halt schon sehr, ja sehr ungewöhnlich einfach. Ich wusste halt nicht, wie es so wirkt. Aber am Ende holst du dir halt die Klicks ja eh dann aus der Mediathek. Also den Clip gibt es einfach einzeln zu sehen bei denen auf der Seite. Und ich kann halt dann trotzdem halt das ausschlachten. Da hat mir auch mein Onkel geschrieben. Hast du super genutzt den Auftritt, weil halt viele, ne, Instagram Reel, Instagram Posting, Instagram Story, Facebook Posting, Twitter, LinkedIn, Xing, ne, überall halt damit natürlich dann geworben. Aber trotzdem war es auch, jetzt mal abgesehen von dem ganzen Business-Ding, war es für mich als Privat einfach auch mega aufregend. Da kamen auch echt vier Leute hier rein, alle mit Maske auch und getestet vorher. Und dann hatte ich eine Stunde gedreht, weil auch die werden ja, die wussten ja selber nicht, also die werden ja so in Auftrag. Also du arbeitest als Produktionsteam quasi für dieses Magazin, hast dann Auftrag irgendwie wahrscheinlich O-Töne reinzuholen. Dann drehst du halt erstmal drauf los und schickst das dann halt an. Das war auch der Grund, warum es nicht ausgestrahlt worden ist am Montag. Weil fehlende Schnittkapazitäten. Also die hatten quasi keine Zeit, den Beitrag fertig zu machen. Und was am Ende davon übrig bleibt, haben die ja auch nicht mehr in der Hand. Die haben auf jeden Fall sehr geiles Material mit mir, was halt nie ausgestrahlt wird. Abwarten. Ja, genau. Im nächsten Spot einfach ein Jahr später einfach ein anderes Zitat raussehen, was passt. Nee, auf jeden Fall sehr spannend auf jeden Fall. Und würde ich halt sehr, sehr gerne nochmal machen und häufiger machen, weil es schon sehr cool ist auf jeden Fall. Also Fernsehen ist dann schon wieder was anderes, als irgendwie so ein YouTube-Video von sich zu machen. Ja, von sich selbst zu machen auf jeden Fall. Wobei, ich meine, Fernsehen ist wie Print. Es stirbt langsam, aber stetig. Naja, muss man abwarten, wie prominent das am Ende tatsächlich noch ist. Aber ich gratuliere dir auf jeden Fall. Ich muss doch so ein Reaction-Video mal machen, dass das bei mir im YouTube-Kanal erscheint. Ein was? Ein Reaction-Video. Ein Reaction-Video. Den Beitrag quasi mir angucken, während ich den quasi kommentiere. Macht das. Viel Erfolg. Ja, keine Ahnung. Ich habe da keine große Meinung zu. Deswegen kann ich da nicht viel zu sagen. Zu was jetzt? Ja, zu dem Sendungsformat allgemein. Weil du hast ja schon recht. Es ist viel Elendstourismus, möchte ich es nennen. Also es werden Dinge ausgeschlachtet und die Welt in einem Licht dargestellt, das vielleicht schlechter ist, als es in Wirklichkeit der Wald ist. Ach, jetzt weiß ich wieder, der Beitrag, der vor mir lief, war irgendein Bachelor-in-Paradise-Kandidat, hat da eine Frau jetzt geschwängert. Und dann der große Cliffhanger vor der Werbung war ja nicht ich, sondern was sagt seine Ex-Freundin dazu? Und dann hat die wirklich einfach nur ins Handy so hochkant so ein kleines Statement gegeben, was dann in diesen Beitrag reingeschnitten worden ist. Und dann kam ich. Also es passte dann wenigstens so ein bisschen, so dieses Instagram-Star-Leute, passte dann schon ein bisschen. War nicht ganz so brutal der Schnitt, wie ich halt die letzten zwei Sendungen halt wirklich angstvoll da saß. Boah, bitte, jetzt nicht, jetzt nicht, jetzt nicht, jetzt nicht, jetzt könnte er passen, ah, okay, jetzt ist es okay. Ja, das ist eine ganz merkwürdige Form der Furcht. Dann packe ich jetzt in die Shownotes halt den Link direkt zur RTL, sagst du. Ja, dann gucke ich es mir auch an. Schick mir den Link zu unserer Folge, dann gucke ich auf den Link. Dann gehst du drauf, okay. Okay, dann machen wir jetzt nochmal eine letzte Pause und machen dann den Bullshit-Teil, würde ich sagen. Wobei wir heute schon sehr viel davon gemacht haben, aber ein bisschen was haben wir noch. So, jetzt könnte die Folge auch abrupt enden, wenn der Potsalat-Mensch klingelt. Ja, falls er klingelt. Kurz eine kleine Werbung gemacht, aber... Ja, Affiliate-Link. Wenn es mal so wäre. Was ich auf jeden Fall noch erzählen wollte, war, wir haben eine Cotunda-Online-Weihnachtsfeier wieder gemacht. Mit vielen kleinen, wir haben wieder Among Us gespielt, war ganz witzig. Wir haben wieder irgendwelche, sowas wie stille Post quasi gespielt. Einer schreibt einen Satz, der andere beschreibt den Satz mit einem Bild und derjenige muss da wieder das Bild mit einem Satz beschreiben. Wir haben auch wieder Tränen gelacht auf jeden Fall, weil natürlich die Protagonisten in diesen Comics immer wir natürlich waren. Und irgendwann hatte wieder jeder so seine Elemente. Einer von uns hatte halt irgendwie rote Backen immer, einer hatte halt einen Bart, der andere hat halt die Brille. Die eine hat dann irgendwie auch, die eine hat eine Brille, die andere hat bei uns keine Brille. Dann konntest du die Leute dann mal schnell erkennen. Dementsprechend war es dann immer witzig, dann musste nicht gut gemalt werden, man hat trotzdem gewusst, worum es ging. Wieder Gin-Tasting gemacht und war auch ein ganz netter Abend. Der ging so bis zwei diesmal. Und da habe ich halt festgestellt mit Steffen, dass ich den ja schon seit über 20 Jahren kenne, oder jetzt mittlerweile, sagen wir mal, fast 20, genau 20 Jahre ungefähr, wusste ich ja, dass wir beide sehr gerne Backgammon spielen. Du spielst nicht gerne Backgammon, oder? Ich spiele es, aber ich brenne jetzt nicht dafür. Ich finde, es ist ein cooles Spiel, aber ich würde jetzt nicht sagen, lass uns verabreden, um Backgammon zu spielen. Schade eigentlich. Habe ich heute bei Twitch auf unserem Kanal hier gemacht, 18 Minuten lang. mit einer Handy-App, die ich einfach irgendwo runtergeladen habe. Und das war ganz witzig, weil Backgammy ist ja schon ein krasses Glücksspiel, auch mit dem Verdopplungswürfel und so, kannst ja sehr schnell sehr viel Geld verdienen. Ich habe Twitch angemacht, hatte 3000 Coins, habe eine Partie gespielt um 200 Coins, da habe ich die gewonnen und hatte dann 3100 Coins. Ich habe 2,9, ich brauchte 3, habe so ein Turnier gemacht, verloren, hatte dann immer noch 400 übergespielt, wieder verloren, hatte keine Coins mehr, konnten mir auch keine mehr besorgen bis morgen, hat dann im Stream nur gesagt, ja, jetzt seht ihr mal, wie krass dieses Spiel ist, tschüss. Der Potzabarmann hat geklingelt. Ja, fantastisch. Komm, wir haben eh nichts mehr. Dann war es auch schon. Dann moderieren wir jetzt ab, wir gehen jetzt essen, wir haben gut Stunde sieben abgeliefert, muss reichen. Vielleicht gibt es noch eine Folge. Ja, komm, geht zur Tür. Adieu, macht's gut. Applaus 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 Vielen Dank.